Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kabal. Es ist wieder Freitag bzw. Samstag, neues Event ist da, Fire vs. Ice. Heißt das Event, hört sich sehr episch an. Es gibt wieder einige Karten, neue coole Karten, unter anderem Neymar oder auch Son. Wir haben uns die ganzen Karten angeguckt, der Unterschied zwischen den Karten, die SBCs kamen auch raus, es gab ein paar neue Packs und es kam gestern einfach ein 47x84 plus Pack einfach in den Shop. Ja und wir haben alles aufgemacht Freunde, ich will auch gar nicht so viel nerven und rumlabern. Guckt euch das Video einfach an, genießt das Video, aber davor lasst erstmal ein Abo und ein Like da, bevor ich mich vergesse. Wenn ihr auch ein Totti ziehen möchtet, ihr wisst wie geil Tottis sind, dann lasst hier auf dem Kabal unbedingt ein Follower. Und Leute, viel Spaß mit dem Video. Das ist das ganze Team, lassen wir mal das ganze Team angucken. Dafür setz ich mir eine Brille auf. Neymar links Flügel und Sturm, ZOM und Sturm, Marta ZOM und Right Wing. Sergio Ramos aus ZDM und Innenverteidiger. Oh, geile Karte. Chill? Wie laut war das? Zauber für eine kurze Unterbrechung. Trippia, Reichsverteidiger und Radetzki. Kamavinga, ZDM. Boah, geil Kamavinga, ZDM und Linksverteidiger. Boah, nice, 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 nice. So Chat, wir gehen mal in den Shop rein, mal gucken ob irgendwas in den Shop kam. Was ich als Creator natürlich wieder kaufen kann. Was ihr natürlich nicht kaufen solltet. Entfällt 50 seltene Goldspiele, 81 oder höher. Davon 2 garantiert mit 86 oder höher. Team of the Weekspieler wird es zu 52% sein. Versus, okay. Ah, Hero Pick kam schon wieder. Wow, so ein geiler Pick EA Sports, dankeschön. Rahim Stöl. Junge, warum sieht man die Bilder nicht? LF und RF. Fixta und Power Schuss. 84, 85, 86, 86, 86, 87. Yo! Okay, okay, chillt. Aber die Karte sieht an sich cool aus. 4, 5. Boah, 5 Sterne, Weakfoot. Der Kam LF, LM, RF und Sturm. Power Schuss, Lupfer, Raserei, First Touch. Ich bin ehrlich, eigentlich coole Karte, muss ich sagen. Finde ich cool. Er hat 5 hier. Auch cool. Oh, er hat alle Ballkontrolle, Playstyles. Trickster, First Touch, Flair, Raserei und Technik. Boah. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich würde eher den anderen nehmen. Den Fire. Ja, let's go. Erste Shop-Pack für das Event. Mal gucken. Ich will auf jeden Fall eine Event-Karte ziehen. Portugal, IV. Rugen Dias. Nein, ich wollte eine Event-Karte. Benze. Vielleicht ist ja noch eine hinten. Oder so. Please stand up. Oh, 2 Informs. Wichtig. Keine Events. Oh Mann, als ob. Ich wollte eine Event-Karte ziehen. Boah, so langweilige Menschen bei EA Sports, die da arbeiten. Jetzt komm, bitte zieh du wenigstens einen Event-Spieler. Ich habe keinen gezogen. Ja, doch, das ist Frankreich. R11. Sieht aus wie ein Hero. Ist ein Hero. Die haben nie und... Wer ist das? Julie? Oder wer ist das? Wer ist das denn? Cole? Ach so. Hat ja gar nichts damit. Oh Mann. Wie schwer ist es jetzt hier in Dynastie zu spielen? Da war die Pro. Oh, Asensio. Asensio mit Technical. 4, 4. Hoch, Mittel, Arbeitsrate. Er ist dieses Rot defensiv... Das Rote war ich auch pink. Okay, der öffnet auch das 500k-Pack. Das ist doch mal ein... Franzose. Rf. Team of the... Oh Mann. Ich will eine Event-Karte sehen. Die Animation. Foden. Stabil. Wow. 5 Team of the Weeks. Sehr, sehr cool. Stabil. Oh. Und Radettin Lorienté. Girl, someday. We ain't gonna run this town at night. Oh. Was ist denn das? England, Rv. Trippier. Trend? Und? Feierspieler-Chat. Steppt da jetzt den Neymar raus, oder was? Wer ist das denn? Murata. Ja, guck mal, der geht schon auf seine 50k. Bent ist Müll. Sachte, sachte. Special-Karte, in Form. Lewandowski und Foden. Hardless. Hardless. Mané. Oh. Yo, schon wieder ganz Team of the Week gezogen. Und Ronaldo mit Lippenstift. Noch vielleicht eine Feierkarte, Radexki? Dann noch Radexki-Feier. Mit Dächerheit. Oh, Lorienté. Wir müssen mal gucken, Chad, wie viele Workouts können da rauskommen. Also, Chad, guck mal, das sind 100 Spieler. 47 sind 84 plus. Und 3 sind 88 plus. Also, wir haben schon mal 3 safe Workouts. Was glaubt ihr, wie viele Workouts kommen da raus? Boah, Chad, ich sage, da sind... Warte, lass mich mal kurz mein geschlaues Gehirn muss jetzt arbeiten. Wie viele Workouts schätze ich da drin? Also, wir haben 3 auf jeden Fall. Dann würde ich sagen... Ich sag, da sind 17 Workouts drin. Chad, wir sind extra da für live gekommen. Entweder wir werden jetzt ins Loch gestoßen und enttäuscht, oder? Wir zeigen die Animationen, danach machen wir R3. Spanien, ZDM, Rodri. Äh, doch, Rodri, okay. Okay, Doppel-Walkout, keine Special-Karte. Ganz ehrlich, also wenn das... Kommt noch ein... Oh, De Bruyne, okay. De Bruyne ist noch gut. De Bruyne ist noch gut. Also, wir haben De Bruyne, Ter Stegen, Rodri, Ruben, Riesmann, Bernardo, Endler, Katoto. Oh, jetzt fangen die 87er schon an. Auf der ersten Seite schon. Oberdorf. Oh, 6... Was? 12 Stück. Hallo, wo sind die Special... Bitte, oh, bitte eine Special-Karte. Wetten, da ist Radetzky drin, Chad. Wollen wir wetten? Oh, Sisoko. Jetzt kommen die Special-Karten. Morata. Ah, okay, Leihspieler. Und noch wie viele? Oh, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es sind 17 Walkouts. Genau 17. Lol, die Wette ist auf Ja. Der Wett ist auf Ja gegangen. Die müssten schon ein bisschen bessere Karten machen, um halt einfach diesen Reiz da, weil es gab bis jetzt schon so... Es gibt so gute Karten. Jeder hat ein krasses Team. Wenn die ein Event geil machen wollen, dann müssen die halt auch jede Karte schon gut machen. So, wer will... Junge, wer spielt Morata? Wer spielt Morata? Wer spielt Morata? Junge, wer spielt Morata? Wer spielt Morata? So, Chad, wir öffnen. Let's go. So, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, Special. Frankreich. RF. Oh! Oh! Ah ne, das ist Diany. Diany und ein Inform. Wer ist das? Wer ist das? Draguchin. Machen wir da wie eben. Draguchin, Ter Stegen, Hegerberg. diane kimmich wer genau die reihenfolge wie eben kam schon direkt hier der fünfte waren 88 renate um siemen auch modric wie eben und man young als wäre das abgezählt roll für paja lawrence ich schwöre genau wie eben eins zu eins die gleiche anzahl horren hä boah die sieht ja ganz schön abgefuckt aus der nicht so guten tag doch keine special karten auch special karten aber ich hab sie jetzt geskippt lorien temorata asensio die wette geht schon wieder auf ja und noch einen in form und casimiro und magu robertson delikt unana bright und ganz viele 84er tausend 84er auch mann asensio immer die gleiche hat eigentlich noch radetzky gefehlt viel glück hoffe du ziehst mason so saftige fünf döner verbrasselt in form wichtig rafa und mann in form 4 inform was für eine gute seite lewandowski hat nichts drin alles haben die habe ich ja voll übersehen rot ruber und neuer ok ok ihr täuscht es nicht ist schon so ein gutes track ihr wollt doch dass da was gutes drin spinner ok spinner und murata murata ist auf jeden fall aber spinner könnte vielleicht 85 rating wie viel kostet er 32k spinatsoße warte 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 die glücksbringer brille so guck mal jetzt wieder was gut zu ziehen mit der glücksbringer brille wir hatten gerade eine streberbrille auf und jetzt haben wir schon 2 90er mit der glücksbringer brille ein inform van dijk auch noch drin erste seite mit 88ern die brille ist aber wirklich bleibt ihrem namen treu wenn da jetzt gute event karten rauskommen zweimal spinner der zweimal die gleiche karte gezogen wenn ich diesen radetzky noch einmal sehen dann werde ich handgreiflich war es war nur spaß tik tok und twitch war nur in game wenn ihr euch ein talent aussuchen könnte was ihr perfekt beherrscht was würdet ihr nehmen ich glaube ich würde ich würde nicht fußball nehmen wobei damit könnte man das meiste geld verdienen aber ich glaube ich würde tanzen nehmen so richtig geil tanzen unsichtbarkeit ist kein talent frankreich rf schon wieder die ja nie mit einem in form wer den form mann vier infos alle song die ja nie roten ruben wenn der jetzt von zieht verlose ich eine 10er psn karte der klassiker accent und radetzky was sonst so freunde das war's mit dem video ich hoffe sehr es hat euch gefallen wenn das so ist dann lasst ihr gerne ein like da und ein abo keine weiteren videos mehr zu verpassen schreibt mal gerne in die kommentare wie ihr das video fandet und ob ihr gestern auch eine event karte gezogen habe vielleicht sogar neymau oder son schreibt mir in die kommentare wenn ihr sowas gezogen habe wird mich echt ehrlich interessieren und ansonsten freunde haut rein ich wünsche euch einen wunderschönen tag macht nicht so viel quatsch